Musik Zwischen Nacht und Morgen scheint der Mond auf die saarländische Bergarbeiterstadt Bexbach. 200 Jahre lang lebten die Menschen hier vor allem von der Kohle. Sie bescherte 1849 der damals noch königlich-bayerischen Gemeinde Mittelbexbach den ersten Bahnhof in der Saarregion. Auch heute werden unter den Dächern dieser Stadt fleißige, rechtschaffende, unauffällige Menschen wach, die das Vergangene lieber ruhen lassen. Das Kriegsende und die frühe Nachkriegszeit sind begraben in der Erinnerung der Alten, die sie erlebt haben. Der Polizistenmord, der die Mittelbexbacher einmal in Schrecken versetzte, liegt fast 60 Jahre zurück. Und der als Mörder verurteilte, lebt nur noch im Film. Karl Klein aus Mittelbexbach, geboren 1901. Der Bahnhof, neben dem Karl Klein eine Metzgerei und eine Gastwirtschaft hatte. Von dort sind es nur fünf Minuten zu Fuß zum Tatort. Susanna und Dr. Ludwig Niederstraße. 1970 demonstrierte Karl Klein in einer Fernsehreportage über Lebenslängliche den Alltag im Knast. Wie draußen der Tag erwachte, hatte er seit Ende April 1946 nicht mehr gesehen. Als diese Aufnahmen entstanden, war Karl Klein 69 Jahre alt. 24 Jahre Knast hatte er hinter sich, als er sich bei der Morgentoilette drehen ließ. 24 Jahre von lebenslänglich. Karl Klein war weggesperrt und dass er je wieder heimkommen würde, war nicht geplant. Die Jahre vergingen. Karl Klein geriet in Vergessenheit, auch bei der saarländischen Justiz, bis der alte Zuchthäusler sich durch eine spektakuläre Aktion in Erinnerung brachte. Im katholischen Pfarrgedenkbuch hat der Pastor die Geschichte des Polizistenmordes von Mittelbecksbach aufgeschrieben und die handelnden Personen mit drastischen Worten bedacht. Von sozialistischen Konsorten, Hochstaplern und Arbeitsscheuen ist die Rede und von einem pflichtergebenen Polizeibeamten. Es war der 20. April 1945, Führers letzter Geburtstag. Während aus Hitlers Bunker in Berlin noch Durchhalteparolen tönten und die Luftflotten der Alliierten ihre letzten Bombenangriffe auf deutsche Städte flogen, war für die Menschen im Saarland der Krieg schon zu Ende. Am 21. März hatten die Amerikaner das Land im Westen des Deutschen Reiches besetzt. Demoralisierte, sich auflösende deutsche Kampfverbände vor sich hertreibend, beendeten sie die Nazi-Herrschaft in Dörfern und Städten, die von den alliierten Luftangriffen schwer gezeichnet waren. Das Saarland erlebte die Stunde Null schon sechs Wochen vor der Kapitulation in Berlin. In der schwer zerstörten Kreisstadt Humburg richteten die Amerikaner eine Militärverwaltung ein, die auch Maßnahmen für Bexbach bestimmte. Die Nazi-Organisationen wurden entwaffnet und aufgelöst, die Führer der alten Machtapparate und Verwaltungen abgesetzt. Das große Aufräumen begann gerade erst. Was in Trümmern lag an Häusern und Ideen, wurde erst einmal beiseite geschoben. Der Krieg war vorbei, wenn auch verloren. Während die geschlagenen Soldaten in eine ungewisse Zukunft abgeführt wurden, konzentrierten sich die Bewohner der besetzten Städte und Dörfer auf die Probleme des Alltags, die groß genug waren. Ein Dach überm Kopf, Wasser und Strom und zu essen für sich selbst und die Familie. Das zählte damals, als die zusammengebrochene Ordnung nicht mehr und eine neue noch nicht funktionierte. Da gediehen aber auch Pläne, alte Rechnungen zu begleichen und tatsächliche oder vermeintliche Nazis selbst aus dem Weg zu räumen. An dieser Straßenecke geschah es. In der Nacht des 20. April 1945, gegen 22.20 Uhr. Es war dunkel und es war Ausgangssperre. Stellen wir es uns so vor. Zwei Männer, so schreibt der Pastor, lockten den Polizeimeister Johann Kerner auf die Straße und erschossen ihn. Er war 53 Jahre alt und Vater zweier Kinder. Wir stehen hier an der Ecke Dr. Lüttich-Niederstraße und Susannestraße. Und 40, 50 Meter von hier, dort dieses Eckhaus, hinter den Garagen, das ist das Wohnhaus von Herrn Kerner. Der hat das erbaut und hat dort bis zu seinem Todesring gewohnt. So konnten nur Leute bauen, die für die damalige Verhältnisse gut gestellt waren. Der einfache Bergmannsbauer hat schlichter gebaut. Vorn an der Ecke, das damalige Haus Johann, vor dem Kerner starb. Und dieses Haus hat für mich eine besondere Verwandtnis. Das ist das Haus meines Onkels. Und dieser Onkel war für uns ein wohlhabender, vornehmer Mann. Und hat allein gewohnt, konnte nicht so recht schlafen, weil er mir theoretische Arbeit geleistet hat und hat Nacht für Nacht Belagrai genommen. Und ausgerechnet in dieser Nacht, da schlief er wie eine Ratte. Und gerade mein Onkel, für den war das doppelschmerzlich, weil der Herr Kerner nächster Nachbar ist und weil er Mitarbeiter auf dem Bürgermeisteramt war. Und gesinnungsmäßig waren die so ziemlich aus dem gleichen Holz geschnitten. Ich lag mit meinen Kindern schon im Bett. Da fiel der erste Schuss. Und in dem Moment ruft die Oma, mach dir das Licht aus. Und da wollte sie die Treppe hoch. Und da fiel schon der zweite Schuss. Da ist sie wieder zurück an die Tür. Da hat das Fenster aufgemacht. Da sah sie drei Männer weglaufen. Drei Männer, nicht zwei. Vor den Augen der Nachbarin, die aber niemanden erkannte und nicht sagte, weil sie nicht gefragt wurde. Drei Männer, zwei Schüsse. Die Obduktion ergab, dass erst der zweite Schuss, der in den Hals traf, tödlich war. Ein Anwohner fand tags darauf am Tatort zwei Geschosshülsen und zwei Patronen. Der Ermordete war 25 Jahre Polizist und von den Amerikanern im Dienst belassen worden. Vor dem Kerner haben wir Moritz gehabt. Sie war aber auch respektiert. Je krimineller einer war, umso mehr hat er vor dem Kerner Angst gehabt. Und um zu charakterisieren, was das für ein Mann war. Ich wurde dann zwischenzeitlich Leutnant. Und wenn ich zurückkomme auf Urlaub, hat der Herr Kerner mich gegrüßt. Da habe ich gesagt, Herr Kerner, wie kommen Sie dazu, mich zu grüßen? Seine Antwort, Herr Johann, Sie sind jetzt mein Vorgesetzter. Ich würde so sagen, wenn es darauf ankommt, war der Herr Kerner Gesetzgeber, Richter und Vollstrecker. Kraft seiner Persönlichkeit. Das war so ein Polizist, der, wenn es darauf ankommt, sich selbst ein Protokoll macht. Wie verhielt sich so ein Polizist unter der Nazi-Herrschaft? Er tat weiter seine Pflicht oder das, was er dafür hielt. Ein gläubiger Nazi sei Kerner nicht gewesen, sagen die, die ihn kannten. Dieses Rathaus war der Arbeitsplatz von dem ermordeten Herrn Kerner. Da hat er, das kann man ruhig so sagen, als Polizist residiert und das Auge des Gesetzes scharf über Becksbach walten lassen. Sein Revier. Ein Polizeimeister wirkte mit, wenn Becksbacher ins Konzentrationslager überstellt wurden. Und zur Entlassung brauchten sie ein Führungszeugnis von ihm. Hüter der Moral war er auch. Wenn ein Mann zu einer verheirateten Frau sich ins Bett gelegt hat, und da war das ein, in damaliger Sicht, ein nicht gerade begrüßenswertes Ereignis. Und wenn dann dem Herrn Kerner das zu Ohren gekommen ist, dann ging er an die Haustür, Polizei, bitte aufmachen. Und hat einen Delequenten im Flagranti erwischt. Und dann, wenn es darauf angekommen ist, auch über Nacht im Bürgermeisteramt und in den Kater gespeckt. Dem katholischen Pastor hielt Kerner auch unter der braunen Herrschaft die Treue, nach dem Motto, wir bleiben die Alten. Doch die Loyalität wollte dosiert sein. Der Herr Kerner war nominelles Mitglied der NSDAP. Und damals besuchten sehr viele den sonntäglichen Gottesdienst. Um 10 Uhr, das war so die Hauptmesse für die Spätaufsteher. Und da war auch der Kerner drin und waren auch viele Nazis drin. Und unser Pfarrer, der hat auf der Kante gestanden und hat vehement gegen die Neuheiten gewettert. Und der Kerner musste über diese Predigten Protokoll führen. Und ich bin heute überzeugt, dass der zum Pfarrer Bossung hingegangen ist. Der Herr Pfarrer, guck mal, das habe ich geschrieben. Informant der Gestapo soll auch Karl Klein gewesen sein. Johann Kerner heißt es, wusste davon und hätte dies den Amerikanern melden können. In den besetzten Städten und Dörfern setzten die Amerikaner zur Erhaltung von Ruhe und Ordnung Hilfspolizisten ein. An geordnete Ermittlungen zur Aufklärung von Mordfällen war am Ende des Krieges kaum zu denken. Der Alltag stellte dringendere Aufgaben. Die Polizei der Stunde Null, wenn man sie so nennen möchte, hatte natürlich keine Ausstattung, so wie man sich das heutzutage vorstellen kann. Es herrschte Mangel an allem. Vor allen Dingen gab es weder Uniform noch Bewaffnung. Die Polizisten dieser Zeit trugen ihre Zivilkleidung, hatten auch keine Bewaffnung in Form von Gummiknüppeln, sondern sind teilweise sogar mit Spazierstöcken herumgelaufen, um sich im gegebenen Falle verteidigen zu können. Und die einzige Markierungsmöglichkeit im März, April war eine Armbinde, eine weiße Armbinde, auf der Polizistand. Waffeneinsammeln und Beschlagnahmungen waren die ersten Amtshandlungen der deutschen Ordnungskräfte im Dienste der Besatzungsmacht. Wer der Aufforderung zur Abgabe von Waffen und allem, was danach aussah, nicht folgte, riskierte strenge Bestrafung. Mord an einem Nazi-Polizisten? Da gab es auch für die Amerikaner Wichtigeres. Die Amerikaner haben, wie in allen anderen Besatzungszonen ebenfalls hier im Saarland, darauf geachtet, dass zunächst das, was täglich notwendig war, Wasserversorgung, Stromversorgung, Versorgung mit Lebensmitteln und, 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 gesichert war. Ein ehemaliges NSDAP-Mitglied, zumal, wenn es in gewisser Form auch von vornherein klar war, dass es Verbrechen begangen hatte, hat natürlich im Falle seiner Ermordung für die Amerikaner erst einmal hintangestanden. Es war, wenn man auch die Entnazifizierung dann eben im Hintergrund behält, ein Problem im Prinzip gelöst. Das erste Haus am Platze. Auch in der Kreisstadt Homburg suchten sich die Amerikaner das größte Hotel aus, um für die Militärregierung eine Kommandantur einzurichten. Hier im Hamburger Hof wurden Passierscheine ausgestellt, Fragebögen ausgefüllt und die öffentlichen Führungspositionen des Landkreises neu besetzt. Hier wurde auch bestimmt, wer in Mittelbecksbach Polizist werden durfte oder Bürgermeister. Karl Klein war mit seiner Gaststätte zum Goldenen Stern in Mittelbecksbach bekannt und er kannte die Leute. Dann machten die ersten Amerikaner, die nach Becksbach kamen, seinen Kontrahenten Johann Kerner zum Bürgermeister. Als der einen Fahrer suchte, kam Adolf Brass mit seinem aus Wehrmachtsbeständen organisierten Opel ins Spiel. Brass erlebte auch, wie Johann Kerner als Bürgermeister wieder abgesetzt wurde. Eines Sonntags, außergewöhnlich, wurde ich vom Kerner gerufen, sollte kommen, dass ich ihn nach Homburg fahre, auf die Kommandantur zu den Amerikanern. Und dann bin ich zum Kerner in seinem Haus und habe ihn dann abgeholt und bin nach Homburg gefahren. Das war nachmittags, so gegen, das war gleich nachmittags. Und dann, nach vier, fünf Stunden, da kommt der Kerner runter und waren ziemlich niedergeschlagen. Und da habe ich gesagt, Herr Kerner, was ist denn los? Ja, der Klein-Karl ist ab morgen Bürgermeister. Du musst den morgen früh hier auf die Kommandantur bringen, der wird morgen früh vereidigt. Der wird jetzt Bürgermeister. Von Leuten, die es wissen müssten, habe ich erfahren, dass zunächst der Herr Kerner zum Bürgermeister ernannt wurde. Wahrscheinlich auf Empfehlung vom katholischen Pfarrer. Und dann hat sich da der Herr Klein eingeschaltet. Vielleicht auch deswegen, weil ruchbar wurde, dass der Herr Kerner nominelles Mitglied der NSDAP war. Und der Herr Klein war nicht als Emigrant, sondern aus ganz anderen Gründen nach Amerika ausgewandert. Und war in den Augen der damaligen Besetzer ein Antifaschist. Und er konnte gut amerikanisch-englisch. Karl Klein war das schwarze Schaf einer angesehenen Mittelbecksbacher Metzgersfamilie. Sympathien für die Kommunisten hegte er schon vor 1945. Er hatte Fürsprecher bei den Linken und Antifaschisten, die im Auftrag der Amerikaner im Kreis Homburg mit der Reorganisation des öffentlichen Lebens begannen. In seinem Fragebogen soll er aber biografische Schönheitsfehler verschwiegen haben. Zwei Berichte für die Gestapo, illegale Schlachtungen, Schwarzmarktgeschäfte im Krieg. Ob die Amerikaner sich dafür interessiert hätten, wer weiß. Ob er bei ihrem Einmarsch die rote Fahne und das Sternenbanner gleichzeitig oder nacheinander an seiner Kneipe aufzog, auch das bleibt ungeklärt. Vielleicht hat er auch nur die Fähnchen der Alliierten zwischen Schweinefüßen und Ochsenschwänzen in der Auslage drapiert. Schon im Krieg war Kleins Lokal in der Bahnhofstraße von Mittelbecksbach Treffpunkt und Nachrichtenbörse. Der Wirt war in Amerika gewesen, das zog junge Leute an. Auch Adolf Brass, damals Eisenbahner in Kiew, kam im Urlaub hierher. Die deutsche Besatzungspolitik im Osten hatte einen großen Bedarf an Zügen und Eisenbahnern. Organisationstalenten wie Adolf Brass boten sich dort viele Möglichkeiten. Als Karl Klein in seiner Kneipe den jungen Eisenbahner ansprach, drehte sich das Gespräch alsbald um die Absatzmöglichkeiten auf ukrainischen Basaren. Da baut sich nachher ein Dialog an zwischen ihm und mir, wie es in Kiew aussehen würde und was der Kommunismus dort hinterlassen hat. Ich habe erklärt, dass die Leute sehr arm sind und dass die Leute fast nichts haben. Alleine so ein Schachtel Streichers. Die Leute haben da kein Streichers, um irgendwas anzuzünden. Kostet so ein Schachtel Streichers, die kostet alleine 5 Mark. Dann hat er gesagt, ja wie könnte man das dort hinbringen? Für Adolf Brass kein Problem. Er organisierte den Transport, Karl Klein, die Streichhölzer und für sich eine Eisenbahneruniform, damit er im Frontzug nicht auffiel. Und so fuhren die beiden im Sommer 1943 über Prag und Warschau nach Kiew. Auf der Fahrt habe ich ihn von einer Seite kennengelernt, wo ich mir gesagt habe, was ist das doch für ein Metzger, der so viel Intelligenz hatte. Ich konnte ihn auch mal fragen, wie er politisch sich das alles so vorstellt. Dann habe ich doch gemerkt, dass er so ein bisschen linker ist. Eine Bahnfahrt quer durch das von Deutschen besetzte Osteuropa. Streichhölzer aus Mittelbecksbach für den Bazar in Kiew. Karl Klein in seinem Element. Mit welcher Energie, der auf den Markt gegangen ist, ohne Rücksicht auf Verlusten, auf den Markt gegangen, mit den Streichhölzern, 6 oder 10 Karton da aufgebaut hat, wo er das Zeug verkauft hat, mit welcher Energie der das da getrunken hat. Da ist mir klar geworden, wie eisern der, wenn er was so hat, das durchgesetzt. In drei Tagen hat Karl Klein die Ware verkauft und die Taschen voll Rubel. Was tun? Beim Tausch in deutsches Geld hilft ein Banker in den Diensten der Besatzungsmacht. Aber nicht ohne Gegenleistung. Ich war dort für die Verpflegung zuständig und habe Fleisch und alles mögliche gehabt und habe dem damals auch Fleisch gegeben für dieses Geschäft, um zu tauschen. Also es ging alles Hand in Hand. Damals ging es ja nur auf die grumme Art. Ehrliche Geschäfte waren ja gar nicht zu machen, weil da keiner drauf eingegangen ist. Es ging ja alles nur unter der Hand und Schwarz. Nach getaner Tat fuhr Karl Klein mit der gemeinsamen Beute nach Becksbach zurück. Im Gepäck einen Koffer voll Geld. Es war viel. So 30.000 Mark für jeden. Etwa. Noch auf dem Bazar hatten die beiden abgemacht, dass Adolf Brass sich im nächsten Urlaub seinen Anteil im Goldenen Stern abholen sollte. Als er dann aber kam, wollte Karl Klein davon nichts mehr wissen. Was willst du mit dem Geld machen, so viel Geld jetzt? Hat er mich da angesprochen. Da habe ich gesagt, ich mache das so, wie du auch gemacht hast. Das springst du schon sicher runter. Das geht nicht, du springst das nicht runter, wenn ihr Geld habt, ihr junge Kerl. Ich weiß gar nicht mehr alles, was er alles Mögliche vorgebracht hat, um mich nur dazu klein zu halten. Da habe ich gesagt, ich will dir mal eins sagen. Ich will mein Geld haben und was ich damit mache, das ist meine Sache. Und was du machst mit deinem, das ist deine Sache. Und wenn ich es nicht kriege, dann gehe ich gerade rüber zum Kerner und sage ihm die ganze Gesüchte. Und der Kerner war damals Polizeichef in Beckspaar. Und daraufhin hat er dann gerufen, da komm her, dann kriegst du Geld. Und hat mir das Geld im Schlafzimmer, ich weiß nicht, wo er es hergeholt hat, hat er mir gegeben. Beim Anteil. Zwei Jahre später unter den Amerikanern. Karl Klein Bürgermeister. Johann Kerner noch immer Polizist. Die Rivalität war nun da, schrieb der Pastor. So kam der 20. April 1945. Am nächsten Tag bin ich dann morgens zum Kleinen gekommen. Und wollte ihn natürlich auch nach Hamburg fahren, zu den Amerikanern, zum Appell abholen. Und als ich dann da war, hat er gesagt, du brauchst heute Bräune zu fahren. Du fährst die Tochter vom Kerner, fährst du zu seinen Bekannten nach Illingen. Der Kerner ist halt nach der Schosse worden. Der ist tot. Als Fahrer des Bürgermeisters geriet auch Adolf Brass ins Visier der Ermittler. Drei Tage nach dem Mord wurde er mit Karl Klein und zwei weiteren Verdächtigen verhaftet. Und eines Tages kamen die Amerikaner daher mit dem Chip und haben uns den Kleinen, den Schistel, den Neufang, mich da eingeladen und haben uns da nach Hamburg gefahren und quasi ins Gefängnis gebracht. Und da saßen wir dann so, glaube ich, 14 Tage, drei Wochen. Und da habe ich den Neufang kennengelernt und den Schistel. Edmund Neufang, Bergmann von der Ruhr, damals 29 Jahre, wurde nach der Tat Hausmeister, dank Bürgermeister Karl Klein, damals 44. Und der Maurer Josef Schistel, damals 35 Jahre alt, der als angeblich Arbeitsscheuer im KZ war. Der Schistel war der Onkel von Neufang. Und die beiden waren die Geselle vom Kleinen. Die haben zusammen geschlachtet, die haben gefuckert zusammen und haben so ein bisschen gewirtschaftet zusammen. Das war dem Kleinen sein Hauptgeschäft. Die lebten also am unteren Rande der Becksbacher Gesellschaft. Die Leute haben sich nicht verwundert, wie es ruchbar wurde, wer die Täter gewesen sein sollten. Bis Mitte Juni 1945 blieben die Verhafteten in Gewahrsam. Josef Schistel, von der Frau Kerners als derjenige identifiziert, der ihren Mann aus dem Haus gelockt hatte, konnte ein Alibi vorweisen. Ebenso Adolf Brass. Edmund Neufang wurde zu 14 Monaten Haft verurteilt, weil man bei ihm eine Pistole gefunden hatte, jedoch nicht die Tatwaffe. Gegen Karl Klein konnte kein dringender Tatverdacht festgestellt werden. Auch er kam frei. Aber seine Tage als Bürgermeister waren gezählt. Und dann ging es los, dann wurden wir von den Amerikanern freigesprochen. Die haben sich da kein großes Zeug gemacht um uns, sie haben Sonne verhört und nichts. Und haben das den Franzosen übergeben, weil das, die haben ja das Saargebiet geräumt, die Amerikaner und die Franzosen sind nachgekommen. Das Saarland fiel an die französische Besatzungszone. Und als General de Gaulle in Saarbrücken die Parade abnahm, hatten sich in den Kommandaturen und Rathäusern Dienststellen der französischen Militärregierung und der Sicherheitspolizei Sûrthée eingerichtet. Bestrebungen, das Saarland an Frankreich anzuschließen, polarisierten die Menschen im Land. Und wer mit den Franzosen nicht konnte, zu diesen zählte sich auch Karl Klein, bekam Probleme mit der Sûrthée. Sie nahm sich 1946 Klein, Schießtel und Neufang erneut zum Verhör vor, wie der Volk, denn Edmund Neufang legte ein Geständnis ab. Währenddessen steuerte die Saarpolitik hin zu einem autonomen Kleinstaat, unter Kontrolle des französischen Militärgouverneurs Gilbert Grandval. Eines Nachts sind sie auch wieder geholt worden, die drei. Und da sind sie gebracht worden, nachts. Am nächsten Tag, die haben die ganze Klamotte vermissen gehabt, so haben die Erschläge gekriegt. Also der Neufang hat ausgesehen und da hat der Neufang die Geschichte wirklich gesagt. Und da hat der Neufang am nächsten Tag, wie wir zusammen waren, hat er mir gesagt, so, jetzt lassen Sie mich alle im Stich, der Schistel und der Karl lassen Sie mich im Stich und ich, wenn der Leid bleibt, dann wie alle hinhängen. Und ich muss sitzen. Und da hat er dann so bitterlich geholt. Und der Klein, der Kommunist und Antifaschist, hatte für die Gestapo gespitzelt, sagte die Sjurte. Deshalb gestand Edmund Neufang. Die Klein-und-Bürgermeister war, lag ihm am Herzen, vor allen Dingen Kerner umzulegen. Dies hat er mehrmals offensichtlich wörtlich betont. Zu dieser Tat, die er selbst erst gar nicht ausführen wollte, überredet er meinen Onkel Josef Schistel, der mit mir die Tat ausführen sollte, weil mein Onkel von Herrn Kerner im Konzentrationslager Buchenwald geschafft worden war. Mein Onkel, der vielleicht die Tat mitgemacht hätte, hat sich davon abgewandt, was geschah dann am Abend des 20. April 1945. Um 9.30 Uhr erschien ich dann bei Klein, der mich an seiner Aussie schon erwartete. Er ging mit mir zur Wohnung Kerners, die ich persönlich nicht kannte. Und sagte zu mir, ich solle anschellen an der Türe und wenn der Kerner erscheinen würde, soll ich ihn erschießen. Beim Klopfen öffnete sich die Fenstertüre und Frau Kerner frug, was ich wollte. Da sagte ich zu der Frau Kerner, ihr Mann möge sofort zum Bürgermeister kommen, es wäre etwas geschehen. Daraufhin zog ich mich wieder zurück zur Ecke, zu Sanderstraße und Dr. Ludwig Niederstraße, wo mich auch Klein erwartete. Etwa zehn Minuten später kam Herr Kerner aus der Wohnung und wir fünf Meter etwa von uns entfernt waren, schob Klein mich plötzlich vor und sagte zu mir, dass ich schießen solle. Ich habe geschossen und habe meine Waffe dabei absichtlich tief gehalten. Er traf Kerner in den Bauch und drückte wieder ab, doch die Pistole hatte Ladehemmung. Neufang flüchtete und warf die Waffe fort. Etwa 60 oder 70 Meter, die vom Tatort entfernt war, hörte ich an den zweiten Schuss und war in der Annahme, dass dieser Schuss von Herr Kerner stammte, der hinter mich hergeschossen hätte. Es war aber der Schuss, der Johann Kerner tötete. Wer hat ihn abgegeben? Klein, sagte Neufang. Widerrief aber später, dass er ihn schießen sah. Was Herr Klein gemacht hat, wie ich weggelaufen bin, das kann ich nicht sagen. Ob er geschossen hat, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Adalbert Hansen dokumentierte 1970 den Bexbacher Polizistenmord und die Widersprüche im Geständnis des Edmund Neufang für das saarländische Fernsehen. In seinem Film Recht und Gnade im Strafvollzug kam damals auch Karl Klein zu Wort. Karl Klein, als ich ihn zum ersten Mal traf, hatte ich den Eindruck, mir kommt ein alternder Charmeur entgegen. Mit ein paar eckigen Manieren zwar und ein bisschen störrig und ein bisschen verkantet, aber ansonsten war er ein liebenswürdig zu nennender, schlanker, kleiner Mann. Seine Argumentation verlief dann auch in einer sehr eigentümlichen Art. Er war natürlich fixiert auf das, was er erlebt hat. Es gab kein anderes Thema für ihn als dieses eine dieser Mordfalle und seine Unschuld. Wo befanden Sie sich am 20. April 1945 um 22.20 Uhr? Zu Hause bei meiner Frau und Tochter in einem Raum. Sie waren damals der Bürgermeister von Bexberg. Sie wurden zur Tat, zum Tatort gerufen. Ja, durch zwei amerikanische Soldaten. Was taten Sie nun am Tatort, als Sie da ankamen? Ich kam ins Zimmer, wo die Zeuge schon alle waren. Ich habe mit denen gesprochen, mit der Frau Kerner war, wenig zu sprechen. Was haben Sie mit den Zeugen gesprochen? Was sie wissen von der Sache, was sie gehört haben, über die Schüsse. Gab es da Anhaltspunkte, wer der Täter sein könnte? Nein. Erst drei Jahre später trauten sich Zeugen zu sagen, dass sie Karl Klein in der Tatnacht gesehen hätten. Adalbert Hansen verwundert das nicht. Wir gingen damals freiwillig zu den Amerikanern und wollten was erzählen. Und wir gingen freiwillig später zur Sauté. Antwort, kaum jemand. Und wer nicht gefragt wurde und nicht unbedingt antworten musste, der entzog sich dem. Das erste war einmal, fragebogen, fragebogen. Und dann wurde man selber geprüft, geräumtcht, durch die Mangel gedreht. 1948 machte die saarländische Justiz Klein, Neufang und Schiestel den Prozess im Landgericht Saarbrücken. Schiestels Alibi führte zum Freispruch. Bei Klein und Neufang sah die Anklage Habsucht als Mordmotiv. Klein habe Bürgermeister bleiben und Neufang Hausmeister werden wollen. Und Klein habe Kerner aus dem Weg geräumt, weil der zu viel von ihm wusste. Neufangs Geständnis gab den Ausschlag. Kriminaltechnische Untersuchungen fanden nicht statt. Dabei hätten sich mit dem Vergleichsmikroskop auch damals schon die am Tatort und im Ermordeten sichergestellten Geschosse den Tatwaffen zuordnen lassen. Es wurde nie geklärt, welche Waffe Karl Klein benutzt hatte. Und welche Kugel aus welcher Waffe Johann Kerner tötete. 1949 verurteilte der Strafsenat Saarbrücken Karl Klein zum Tode und Edmund Neufang zu lebenslangem Zuchthaus. Neufang kam zehn Jahre später vorzeitig wieder frei. Die Todesstrafe gegen Klein wurde in lebenslanges Zuchthaus umgewandelt. Als ich damals hier angefangen hatte, stand die Guilhertine noch hier in der Anstalt auf dem Speicher. Und der junge Beamte erbte Karl Klein als lebenslänglichen im Anfangsvollzug. Das bedeutete... Einzelzelle, dann nur Zellenarbeit, es wurden die Papiertüten geklebt und so weiter. Spaziergang im Hof, immer nur hintereinander, ohne Unterhaltung. Kein Fernsehen, keine Radio, kein nichts. In der Woche ein Buch, alle sechs Wochen einen Brief schreiben und alle sechs Wochen einen Brief erhalten. Von 24 Stunden war der Häftling 23 Stunden auf der Zelle allein eingeschlossen. Ich bin also schon sicher, dass der Karl Klein unter dem Urteil sehr gelitten hat. Aber er war ein Mensch, der kein Gewaltpotenzial hatte. Er war nicht darauf bedacht, andere anzugreifen, zu beschädigen, zu verletzen. Weder Mitgefangene noch Beamte. Was er immer gemacht hat, er hat auch sein Recht gebrochen. Er wollte keine Begnadigung, sondern er wollte ein Urteil, das dem hervorgeht, dass er eigentlich mit diesem Strafmaß nicht hätte bedacht werden sollen. Karl Klein sah sich selbst als Opfer politischer Intrigen. Es war in den 30 Jahren einer meiner schwierigsten Häftlinge, weil er aus Überzeugung Kommunist war und hat sich an allem bestört und hat an allem rumgemeckert und war mit nichts einverstanden. Karl Klein war ein Mensch, der sehr zurückgezogen gelebt hat. Er war sehr asketisch, hat nach meiner Einschätzung damals etwa 50 Kilo gewogen, war sehr sportlich, war sehr reserviert. Er hat sich dann bei der Hochstunde, wo Löwenzahn irgendwo aus dem Rasen hervorgespitzt hat, den hat er an sich genommen, mit auf die Zelle genommen, hat ihn dann gewaschen und dann in diesem Wohlzustand zu sich genommen. Er könnte ein Bruder gewesen sein vom Erich Honecker, mit dem er sehr eng befreundet war und die auch korrespondiert hatten. Besuch hat natürlich nicht stattgefunden. Draußen ging das Leben vorbei. Die Saar wurde jüngstes deutsches Bundesland, führte die D-Mark ein, mit der die Leute deutsche Autos, deutsche Waschmaschinen und deutsche Fernseher kauften. Karl Klein schlug die Zeit mit Eingaben tot. Etwa 300 schrieb er an die Justiz, forderte die Untersuchung der Geschosse vom Tatort. Man teilte ihm mit, die Beweisstücke seien vernichtet worden. Also ich war sicher, dass Klein eine gleiche Straftat nicht wiederbegehen würde. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schuldbewusst war, weil er sagte, das Urteil ist für mich nicht zutrengend, es ist zu hart. Das hat er immer wieder betont. Er hat aber dabei nicht den Mut verloren zu sagen, ich muss an mir arbeiten, damit ich gesund diese Anstalt einmal verlasse, gleich wie es kommt. Und er kam, der Moment, da er gesund die Anstalt verließ. Dann hat man den Karl Klein in das Allesverhältnis eingegliedert. Und zwar im Küchenhof eingesetzt, die Speisereste in dafür vorgesehene Müllgefäße zu deponieren. Ich habe die Gefahr entsorgt mit Küchenabfällen. Und einen, den anderen Tag dorthin gefahren, habe ich die Küchenabfälle entsorgt. Und dadurch habe ich auch den Kleinen kennengelernt. Wir haben den Hof immer sauber gemacht und haben das Brot gesammelt. Und da bin ich zu den Kleinen gekommen. Und die Fangen waren ja das Brot all zum Fenster raus und da mit dem Brot aufgeräumt gibt. Und da hat der ganze Hof von Brot gelehrt. Und dann hat der Kleinen dann mal alles gesammelt. Und der Kleinen hat zu mir gesagt, mach das Fass ein bisschen größer. Dann ist das Fass noch ein bisschen, da gibt es mehr Brot. Und das ist aber dann nur ein Fass. Dann ist der Himmel fast abgeschnitten, dann haben wir ein Stück draufgeschweißt. Dann haben wir das Fass da nicht hingestellt. In einem günstigen Moment versenkte sich Karl Klein im Brotfass und zog eine schirmgestützte Attrappe über sich. Die Tarnung war perfekt. Der Häftling, der das Brotfass später mit Abfällen auffüllte, merkte nichts oder tat zumindest so. Nun brauchte Karl Klein nur noch den Dingen ihren Lauf zu lassen. Es war der 30. Januar 1969. Die Entweichung, wie es im Fachjargon heißt, wurde in diesen Aufnahmen nachgestellt. Die Entweichung, wie es im Fachjargon ist. Nach 24 Jahren Haft verließ Karl Klein das Zuchthaus als Schweinefutter getarnt. Sobald der Transporter das Gefängnis verlassen hatte, kletterte er aus dem Brotfass und bei nächster Gelegenheit aus dem Wagen. Winkte noch zum Abschied, um bei den nachfolgenden Autofahrern nicht aufzufallen. Da bin ich gefahren bis ans Haus Berlin ohnehin. Da habe ich gedacht, das Brotfass legt er um. Was ist denn da los? Da habe ich noch eine Juppe drin gelegt und eine Schirm. Da habe ich gesagt, soll ich noch oben hinfahren, soll ich nicht mehr hinfahren? Da habe ich gesagt, fahrst du oben hin? Als ich oben hinkommen bin, habe ich gesagt, ist einer mit rausgefahren. Da hat sich halb schon gedauert, immer noch ein kleiner Gewurscht, wer das war. Auf einmal kommt der Kühn gelaufen und sagt, der Kleine ist weg, der Kleine ist weg, der Kleine ist weg. Ein schwarzer Tag für die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken. Wenn ich dann einen anderen Tag später gekommen bin, da haben die anderen schon in der Anstalt, die Jungen, Junge, kommt mal wieder, kommt mal wieder nach Hause. War richtig, wie im Fernsehen, haben die gesungen, wie im Fußballplatz. Zunächst hatte Karl Klein sich zu seinem Freund Erich Honecker in die DDR absetzen wollen. Ein Angehöriger redete ihm das aus. Und so erschien der Mülltonnenausbrecher zwei Tage nach seiner Flucht in der Frankfurter Redaktion einer großen deutschen Boulevardzeitung. Er sei kein Mörder, sagte Klein, sondern wolle mit seiner Flucht erreichen, dass sein Fall wieder aufgenommen und seine Unschuld festgestellt werde. Nachdem ihm der saarländische Justizminister telefonisch zugesichert hatte, den Fall persönlich zu prüfen, ließ sich Karl Klein von der Polizei abführen. Zwei Jahre später ordnete ein Gericht in Saarbrücken das Wiederaufnahmeverfahren an. Karl Klein wurde auf freien Fuß gesetzt und sah nach einem Vierteljahrhundert im Zuchthaus seine Heimatstadt wieder. Hier wohnte der Polizeimeister Kerner. Hier wurde er herausgelockt und kam bis zu der Ecke. Ein Wiedersehen auch mit dem Tatort. Aber was war die Wahrheit? Hier wurde Kerner erschossen. Hier standen die Täter versteckt. Hinter einem Busch war eine Tatzeugin, die heute noch lebt. Mit Sicherheit war es so gewesen, dass er sich etwas zusammengebastelt hat. Verständlich. Ein Vierteljahrhundert im Knast macht niemanden in dieser Weise schlauer, sondern er verrennt sich eher mehr. Am 4. Dezember 1973 war Karl Klein am Ziel. Im Landgericht Saarbrücken begann die neue Hauptverhandlung. Verloren stand er im Gerichtssaal, wo sich die zweite Chance für ihn auftun sollte, die er während der langen Haft so beharrlich gesucht hatte. Das Gericht hielt die Augenzeugin am Tatort, auf die Klein seine Hoffnungen gesetzt hatte, jedoch für unglaubwürdig. Für die beiden Kumpane von 1945 war der Fall erledigt. Wie sollte es noch möglich sein, neue Fakten zu einem fast 30 Jahre alten Mord zu finden, über den alles gesagt schien, außer von Karl Klein selbst? Er selber sieht sich in eigenartiger Weise oder sah sich in eigenartiger Weise verstrickt durch die Machenschaften anderer. Aber, dass er selbst daran mitgewirkt hat, ist ihm wohl nicht bewusst geworden. Und so war er stets in der Argumentation gebunden, dass es doch nicht sein könnte, dass ihm dieses widerfährt. Aber es ist ihm widerfahren. Es waren persönliche, es waren nachbarschaftliche, es waren aber auch hochpolitische Dinge, die ihn solchermaßen in Bedrängnis gebracht haben. Mit einem Lokaltermin am 8. Januar 1974 versuchte das Gericht noch einmal, Karl Kleins Weg vom Tatort zurück nach Hause nachzuvollziehen. Auf diesem Weg war Klein in der Tatnacht gesehen worden. Das Gericht stellte fest, dass Klein von Frau und Tochter, die ihm ein Alibi gegeben hatten, unbemerkt weggehen und zurückkommen konnte. Bei der Besichtigung des Tatorts schien ganz Becksbach Zeuge sein zu wollen. Im Gegensatz zur Nacht des 20. April 1945, als selbst Krone Schlaflose auch Schüsse nicht aufwecken konnten. Dass das US-Militärgericht in Homburg Klein 1945 hatte laufen lassen, war für die Richter 1974 kein rechtskräftiges Urteil. Die Suche nach einem entsprechenden Dokument hatte die Besatzungsbehörden der USA, das französische Außenministerium und die saarländische Justiz schon 1949 beschäftigt. Es wurde nicht gefunden. Die Zweifel halten sich bis heute. Ich weiß ja nicht, was im Gemüt der Richter vor sich geht. Aber ich spreche jetzt nur von mir und dem, was ich dazu zu sagen habe, aus der Sicht des recherchierenden Journalisten. Im Sinne der Urteilsbegründung des Oberlandesgerichtes aus dem Jahre 1949 war Karl Klein nicht schuldig. Das Saarbrücker Gericht jedoch bestätigte am 18. Januar 1974 den Schuldspruch von 1949 und verhängte ein weiteres Mal die Höchststrafe. Diesmal lebenslänglich, da die Todesstrafe abgeschafft war. Kriminaltechnische Beweise dafür, dass tatsächlich Karl Klein den tödlichen Schuss auf Johann Kerner abgegeben hatte und nicht Neufang oder ein anderer, erbrachte auch dieses Verfahren nicht. Wurde Karl Klein vielleicht doch Opfer eines Justizirrtums? Es fällt schwer, sich nach so langer Zeit darauf festzulegen. Vielleicht ist er ein Opfer geworden der Zeitumstände, der Ideologie, der Narreteien auf allen Seiten und der Verbohrtheit, auch der Juristen, aber auch seiner eigenen. Ins Gefängnis musste Karl Klein nicht zurück. Die Justiz ließ Gnade walten. Klein, der Außenseiter, lebte noch 19 Jahre unter den Wechsbachern. 1993 starb er in einem Seniorenheim. Ein Grab gibt es nicht. Er ließ sich anonym bestatten. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat er sich einäschern lassen. Und das war, dass es ja heute beinahe Gang und gäbe, die Urnenbestattung. Aber zur damaligen Zeit war das so wiederum ein Indiz für die Gesinnung von Herrn Klein. Ja, da hat sich ein rechtschaffener Christ nicht einäschern lassen. Aber der Herr Klein hat das dann doch gemacht. Und es war auch vielleicht das Beste für ihn. Der Herr Klein hat das dann doch gemacht. Zwischen Nacht und Morgen scheint der Mond auf die saarländische Bergarbeiterstadt Bexbach. 200 Jahre lang lebten die Menschen hier vor allem von der Kohle. Sie bescherte 1849 der damals noch königlich-bayerischen Gemeinde Mittelbexbach den ersten Bahnhof in der Saaregion. Auch heute werden unter den Dächern dieser Stadt fleißige, rechtschaffende, unauffällige Menschen wach, die das Vergangene lieber ruhen lassen. Das Kriegsende und die frühe Nachkriegszeit sind begraben in der Erinnerung der Alten, die sie erlebt haben. Der Polizistenmord, der die Mittelbexbacher einmal entschreckend versetzte, liegt fast 60 Jahre zurück. Und der als Mörder verurteilte, lebt nur noch im Film. Karl Klein aus Mittelbexbach, geboren 1901. Der Bahnhof, neben dem Karl Klein eine Metzgerei und eine Gastwirtschaft hatte. Von dort sind es nur fünf Minuten zu Fuß zum Tatort. Susanna und Dr. Ludwig Niederstraße. 1970 demonstrierte Karl Klein in einer Fernsehreportage über Lebenslängliche den Alltag im Knast. Wie draußen der Tag erwachte, hatte er seit Ende April 1946 nicht mehr gesehen. Als diese Aufnahmen entstanden, war Karl Klein 69 Jahre alt. 24 Jahre Knast hatte er hinter sich, als er sich bei der Morgentoilette drehen ließ. 24 Jahre von lebenslänglich. Karl Klein war weggesperrt und dass er je wieder heimkommen würde, war nicht geplant. Die Jahre vergingen. Karl Klein geriet in Vergessenheit, auch bei der saarländischen Justiz. Bis der alte Zuchthäusler sich durch eine spektakuläre Aktion in Erinnerung brachte. Im katholischen Pfarrgedenkbuch hat der Pastor die Geschichte des Polizistenmordes von Mittelbexbach aufgeschrieben, und die handelnden Personen mit drastischen Worten bedacht. Von sozialistischen Konsorten, Hochstaplern und Arbeitsscheuen ist die Rede und von einem pflichtergebenen Polizeibeamten. Es war der 20. April 1945, Führers letzter Geburtstag. Während aus Hitlers Bunker in Berlin noch Durchhalteparolen tönten und die Luftflotten der Alliierten ihre letzten Bombenangriffe auf deutsche Städte flogen, war für die Menschen im Saarland der Krieg schon zu Ende. Am 21. März hatten die Amerikaner das Land im Westen des Deutschen Reiches besetzt. Demoralisierte, sich auflösende deutsche Kampfverbände vor sich hertreibend, beendeten sie die Nazi-Herrschaft in Dörfern und Städten, die von den alliierten Luftangriffen schwer gezeichnet waren. Das Saarland erlebte die Stunde Null schon sechs Wochen vor der Kapitulation in Berlin. In der schwer zerstörten Kreisstadt Humburg richteten die Amerikaner eine Militärverwaltung ein, die auch Maßnahmen für Bexbach bestimmte. Die Nazi-Organisationen wurden entwaffnet und aufgelöst, die Führer der alten Machtapparate und Verwaltungen abgesetzt. Das große Aufräumen begann gerade erst. Was in Trümmern lag an Häusern und Ideen, wurde erst einmal beiseite geschoben. Der Krieg war vorbei, wenn auch verloren. Während die geschlagenen Soldaten in eine ungewisse Zukunft abgeführt wurden, konzentrierten sich die Bewohner der besetzten Städte und Dörfer auf die Probleme des Alltags, die groß genug waren. Ein Dach überm Kopf, Wasser und Strom und zu essen für sich selbst und die Familie. Das zählte damals, als die zusammengebrochene Ordnung nicht mehr und eine neue noch nicht funktionierte. Da gedien aber auch Pläne, alte Rechnungen zu begleichen und tatsächliche oder vermeintliche Nachrichten, die Nazis selbst aus dem Weg zu räumen. An dieser Straßenecke geschah es. In der Nacht des 20. April 1945, gegen 22.20 Uhr. Es war dunkel und es war Ausgangssperre. Stellen wir es uns so vor. Zwei Männer, so schreibt der Pastor, lockten den Polizeimeister Johann Kerner auf die Straße und erschossen ihn. Er war 53 Jahre alt und Vater zweier Kinder. Wir stehen hier an der Ecke Dr. Lüttwig-Niederstraße und Susannastraße. Und 40, 50 Meter von hier, dort dieses Eckhaus, hinter den Garagen. Das ist das Wohnhaus von Herrn Kerner. Der hat das erbaut und hat dort bis zu seinem Todesringen gewohnt. Und so konnten nur Leute bauen, die für die damaligen Verhältnisse gut gestellt waren. Der einfache Bergmannsbauer hat schlichter gebaut. Vorn an der Ecke das damalige Haus Johann, vor dem Kerner starb. Dieses Haus hat für mich eine besondere Verwandtnis. Das ist das Haus meines Onkels. Und dieser Onkel war für uns ein wohlhabender, vornehmer Mann. Und hat allein gewohnt, konnte nicht so recht schlafen, weil er mir theoretische Arbeit geleistet hat und hat Nacht für Nacht Belagrai genommen. Und ausgerechnet in dieser Nacht, da schlief er wie eine Ratte. Und gerade mein Onkel, für den war das doppelschmerzlich, weil der Herr Kerner nächster Nachbar ist. Und weil er Mitarbeiter auf dem Bürgermeisteramt war. Und gesinnungsmäßig waren die so ziemlich aus dem gleichen Holz geschnitten. Ich lag mit meinen Kindern schon im Bett. Da fiel der erste Schuss. Und in dem Moment ruft die Oma, mach dir das Licht aus. Und da holt sie die Treppe hoch und da fiel schon der zweite Schuss. Da ist sie wieder zurück an die Tür, hat das Fenster aufgemacht und da sah sie wie drei Männer weglaufen. Drei Männer, nicht zwei. Vor den Augen der Nachbarin, die aber niemanden erkannte und nicht sagte, weil sie nicht gefragt wurde. Drei Männer, zwei Schüsse. Die Obduktion ergab, dass erst der zweite Schuss, der in den Hals traf, tödlich war. Ein Anwohner fand tags darauf am Tatort zwei Geschosshülsen und zwei Patronen. Der Ermordete war 25 Jahre Polizist und von den Amerikanern im Dienst belassen worden. Vom Kerner haben wir Morris gehabt. Sie war aber auch respektiert. Je krimineller einer war, umso mehr hat er vor dem Kerner Angst gehabt. Und um zu charakterisieren, was das für ein Mann war. Ich wurde dann zwischenzeitlich Leutnant. Und wie ich zurückkomme auf Urlaub, hat der Herr Kerner mich gegrüßt. Da habe ich gesagt, Herr Kerner, wie kommen Sie dazu, mich zu grüßen? Seine Antwort, Herr Johann, Sie sind jetzt mein Vorgesetzter. Ich würde so sagen, wenn es darauf ankommt, war der Herr Kerner Gesetzgeber, Richter und Volkstrecker. Kraft seiner Persönlichkeit. Das war so ein Polizist, der, wenn es darauf ankommt, sich selbst ein Protokoll macht. Wie verhielt sich so ein Polizist unter der Nazi-Herrschaft? Er tat weiter seine Pflicht. Oder das, was er dafür hielt? Ein gläubiger Nazi sei Kerner nicht gewesen, sagen die, die ihn kannten. Dieses Rathaus war der Arbeitsplatz von dem ermordeten Herrn Kerner. Da hat er, das kann man ruhig so sagen, als Polizist residiert. Und das Auge des Gesetzes scharf über Becksbach walten lassen. Sein Revier. Ein Polizeimeister wirkte mit, wenn Becksbacher ins Konzentrationslager überstellt wurden. Und zur Entlassung brauchten sie ein Führungszeugnis von ihm. Hüter der Moral war er auch. Wenn ein Mann zu einer verheirateten Frau sich ins Bett gelegt hat, und da war das in damaliger Sicht ein nicht gerade begrüßenswertes Ereignis. Und wenn dann dem Herrn Kerner das zu Ohren gekommen ist, dann ging er an die Haustür, Polizei, bitte aufmachen, und hat den Delequenten im Flagrant hier erwischt. Und dann, wenn es darauf angekommen ist, auch über Nacht im Bürgermeisteramt unten in den Kater gespeckt. Dem katholischen Pastor hielt Kerner auch unter der braunen Herrschaft die Treue, nach dem Motto, wir bleiben die Alten. Doch die Loyalität wollte dosiert sein. Der Herr Kerner war nominelles Mitglied der NSDAP. Und damals besuchten sehr viele den sonntäglichen Gottesdienst. Um 10 Uhr, das war so die Hauptmesse für die Spätaufsteher. Und da war auch der Kerner drin, da waren auch viele Nazis drin. Und unser Pfarrer, der hat auf der Kante gestanden und hat vehement gegen die Neuheiten gewettert. Und der Kerner musste über diese Predigten Protokoll führen. Und ich bin heute überzeugt, dass der zum Pfarrer Bossung hingegangen ist. Der Herr Pfarrer, guck mal, das habe ich geschrieben. Informant der Gestapo soll auch Karl Klein gewesen sein. Johann Kerner heißt es, wusste davon und hätte dies den Amerikanern melden können. In den besetzten Städten und Dörfern setzten die Amerikaner zur Erhaltung von Ruhe und Ordnung Hilfspolizisten ein. An geordnete Ermittlungen zur Aufklärung von Mordfällen war am Ende des Krieges kaum zu denken. Der Alltag stellte dringendere Aufgaben. Die Polizei der Stunde Null, wenn man sie so nennen möchte, hatte natürlich keine Ausstattung, so wie man sich das heutzutage vorstellen kann. Es herrschte Mangel an allem. Vor allen Dingen gab es weder Uniform noch Bewaffnung. Die Polizisten dieser Zeit trugen ihre Zivilkleidung, hatten auch keine Bewaffnung in Form von Gummiknüppeln, sondern sind teilweise sogar mit Spazierstöcken herumgelaufen, um sich im gegebenen Falle verteidigen zu können. Und die einzige Markierungsmöglichkeit im März, April war eine Armbinde, eine weiße Armbinde, auf der Polizistand. Waffeneinsammeln und Beschlagnahmungen waren die ersten Amtshandlungen der deutschen Ordnungskräfte im Dienste der Besatzungsmacht. Wer der Aufforderung zur Abgabe von Waffen und allem, was danach aussah, nicht folgte, riskierte strenge Bestrafung. Mord an einem Nazi-Polizisten? Da gab es auch für die Amerikaner Wichtigeres. Die Amerikaner haben, wie in allen anderen Besatzungszonen ebenfalls hier im Saarland, darauf geachtet, dass zunächst das, was täglich notwendig war, Wasserversorgung, Stromversorgung, Versorgung mit Lebensmitteln und, 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 gesichert war. Ein ehemaliges NSDAP-Mitglied, zumal, wenn es in gewisser Form auch von vornherein klar war, dass es Verbrechen begangen hatte, hat natürlich im Falle seiner Ermordung für die Amerikaner erst einmal hintangestanden. Es war, wenn man auch die Entnazifizierung dann eben im Hintergrund behält, ein Problem im Prinzip gelöst. Das erste Haus am Platze. Auch in der Kreisstadt Homburg suchten sich die Amerikaner das größte Hotel aus, um für die Militärregierung eine Kommandantur einzurichten. Hier im Hamburger Hof wurden Passierscheine ausgestellt, Fragebögen ausgefüllt und die öffentlichen Führungspositionen des Landkreises neu besetzt. Hier wurde auch bestimmt, wer in Mittelbecksbach Polizist werden durfte oder Bürgermeister. Karl Klein war mit seiner Gaststätte zum Goldenen Stern in Mittelbecksbach bekannt und er kannte die Leute. Dann machten die ersten Amerikaner, die nach Becksbach kamen, seinen Kontrahenten Johann Kerner zum Bürgermeister. Als der einen Fahrer suchte, kam Adolf Brass mit seinem aus Wehrmachtsbeständen organisierten Opel ins Spiel. Brass erlebte auch, wie Johann Kerner als Bürgermeister wieder abgesetzt wurde. Eines Sonntags, außergewöhnlich, wurde ich vom Kerner gerufen, sollte kommen, dass ich ihn nach Homburg fahre, auf die Kommandantur zu den Amerikanern. Und dann bin ich zum Kerner in seinem Haus und habe ihn dann abgeholt und bin nach Homburg gefahren. Das war nachmittags so gegen, das war gleich nachmittags. Und dann nach vier, fünf Stunden, da kommt der Kerner runter und war ziemlich niedergeschlagen. Da habe ich gesagt, Herr Kerner, was ist denn los? Ja, der Klein-Karl ist ab morgen Bürgermeister. Du musst den morgen früh hier auf die Kommandante Jörg bringen. Der wird morgen früh vereidigt. Der wird jetzt Bürgermeister. Von Leuten, die es wissen müssten, habe ich erfahren, dass zunächst der Herr Kerner zum Bürgermeister ernannt wurde. Wahrscheinlich auf Empfehlung vom katholischen Pfarrer. Und dann hat sich da der Herr Klein eingeschaltet. Vielleicht auch deswegen, weil rufbar wurde, dass der Herr Kerner nominelles Mitglied der NSDAP war. Und der Herr Klein war nicht als Emigrant, sondern aus ganz anderen Gründen nach Amerika ausgewandert. Und war in den Augen der damaligen Besetzer ein Antifaschist. Und er konnte gut amerikanisch-englisch. Karl Klein war das schwarze Schaf einer angesehenen Mittelbecksbacher Metzgersfamilie. Sympathien für die Kommunisten hegte er schon vor 1945. Er hatte Fürsprecher bei den Linken und Antifaschisten, die im Auftrag der Amerikaner im Kreis Homburg mit der Reorganisation des öffentlichen Lebens begannen. In seinem Fragebogen soll er aber biografische Schönheitsfehler verschwiegen haben. Zwei Berichte für die Gestapo, illegale Schlachtungen, Schwarzmarktgeschäfte im Krieg. Ob die Amerikaner sich dafür interessiert hätten, wer weiß. Ob er bei ihrem Einmarsch die rote Fahne und das Sternenbanner gleichzeitig oder nacheinander an seiner Kneipe aufzog, auch das bleibt ungeklärt. Vielleicht hat er auch nur die Fähnchen der Alliierten zwischen Schweinefüßen und Ochsenschwänzen in der Auslage drapiert. Schon im Krieg war Kleins Lokal in der Bahnhofstraße von Mittelbecksbach Treffpunkt und Nachrichtenbörse. Der Wirt war in Amerika gewesen, das zog junge Leute an. Auch Adolf Brass, damals Eisenbahner in Kiew, kam im Urlaub hierher. Die deutsche Besatzungspolitik im Osten hatte einen großen Bedarf an Zügen und Eisenbahnern. Organisationstalenten wie Adolf Brass boten sich dort viele Möglichkeiten. Als Karl Klein in seiner Kneipe den jungen Eisenbahner ansprach, drehte sich das Gespräch alsbald um die Absatzmöglichkeiten auf ukrainischen Basaren. Da baut sich nachher ein Dialog an zwischen ihm und mir, wie es in Kiew aussehen würde und was der Kommunismus dort hinterlassen hat. Ich habe mir erklärt, dass die Leute sehr arm sind und dass die Leute fast nichts haben. Alleine so ein Schachtel Streichers. Die Leute haben da kein Streichers, um irgendwas anzuzünden. Kostet so ein Schachtel Streichers, die kostet alleine 5 Mark. Dann hat er gesagt, ja wie könnte man das da hinbringen? Für Adolf Brass kein Problem. Er organisierte den Transport, Karl Klein, die Streichhölzer und für sich eine Eisenbahneruniform, damit er im Frontzug nicht auffiel. Und so fuhren die beiden im Sommer 1943 über Prag und Warschau nach Kiew. Auf der Fahrt habe ich ihn von einer Seite kennengelernt, wo ich mir gesagt habe, was ist das doch für ein Metzger, der so viel Intelligenz hatte. Ich konnte ihn auch mal fragen, wie er politisch sich das alles so vorstellt. Dann habe ich doch gemerkt, dass er so ein bisschen linker ist. Eine Bahnfahrt quer durch das von Deutschen besetzte Osteuropa. Streichhölzer aus Mittelbecksbach für den Bazar in Kiew. Karl Klein in seinem Element. Mit welcher Energie, der auf den Markt gegangen ist, ohne Rücksicht auf Verlusten, auf den Markt gegangen, mit den Streichhölzern 610 Karton da aufgebaut hat. Und er hat das Zeug verkauft. Mit welcher Energie, der das da getrinken hat. Da ist mir klar geworden, wie eisern der, wenn er was so hat, dazu gesetzt. In drei Tagen hat Karl Klein die Ware verkauft und die Taschen voll Rubel. Was tun? Beim Tausch in deutsches Geld hilft ein Banker in den Diensten der Besatzungsmacht. Aber nicht ohne Gegenleistung. Ich war dort für die Verpflegung zuständig und habe Fleisch und alles mögliche gehabt. Und habe dem damals auch Fleisch gegeben für dieses Geschäft, um zu tauschen. Also es ging alles Hand in Hand. Damals ging es ja nur auf die Kromeraden. Ähnliche Geschäfte waren ja gar nicht zu machen, weil da keiner drauf eingegangen ist. Es ging ja alles nur unter der Hand und schwarz. Nach getaner Tat fuhr Karl Klein mit der gemeinsamen Beute nach Bexbach zurück. Im Gepäck einen Koffer voll Geld. Das war viel. So 30.000 Mark für jeden. Etwa. Noch auf dem Bazar hatten die beiden abgemacht, dass Adolf Brass sich im nächsten Urlaub seinen Anteil im Goldenen Stern abholen sollte. Als er dann aber kam, wollte Karl Klein davon nichts mehr wissen. Was willst du mit dem Geld machen, so viel Geld jetzt? Hat er mich dann angesprochen. Ich habe gesagt, ich mache das irgendwie, wie du überhaupt gemacht hast. Ich bringe es schon sicher runter. Das geht nicht, du bringst das nicht unter, wenn ihr Geld habt, ihr junge Kerle. Ich weiß gar nicht mehr alles, was er alles Mögliche vorgebracht hat, um mich nur dazu klein zu halten. Da habe ich gesagt, ich will dir mal eins sagen. Ich will mein Geld haben und was ich damit mache, das ist meine Sache. Und was du machst mit deinem, das ist deine Sache. Und wenn ich es nicht kriege, dann gehe ich gerade rüber zum Kerner und sage ihm die ganze Gesüchte. Und der Kerner war damals Polizeichef in Beckspar. Und daraufhin hat er dann gerufen, da komm her, dann kriegst du Geld. Und er hat mir das Geld im Schlafzimmer, ich weiß nicht, wo er es hergeholt hat, hat er mir gegeben. Bei einem anderen. Zwei Jahre später unter den Amerikanern. Karl Klein, Bürgermeister. Johann Kerner, noch immer Polizist. Die Rivalität war nun da, schrieb der Pastor. So kam der 20. April 1945. Am nächsten Tag bin ich dann morgens zum Klein gekommen. Und wollte den natürlich auch nach Hamburg fahren, zu den Amerikanern, zum Appell abholen. Und als ich denn da war, hat er gesagt, du brauchst heute mal eine letzte Fahrer. Du fährst die Tochter vom Kerner, fährst du zu seinen Bekannten nach Illingen. Der Kerner ist halt nach der Schosse worden. Der ist tot. Als Fahrer des Bürgermeisters geriet auch Adolf Brass ins Visier der Ermittler. Drei Tage nach dem Mord wurde er mit Karl Klein und zwei weiteren Verdächtigen verhaftet. Und eines Tages kamen die Amerikaner daher mit dem Chip und haben uns den Kleinen, den Schistel, den Neufang, mich da eingeladen und haben uns da nach Hamburg gefahren und quasi ins Gefängnis gebracht. Und da saßen wir dann so, glaube ich, 14 Tage, drei Wochen. Und da habe ich den Neufang kennengelernt und den Schistel. Edmund Neufang, Bergmann von der Ruhr, damals 29 Jahre, wurde nach der Tat Hausmeister, dank Bürgermeister Karl Klein, damals 44. Und der Maurer Josef Schistel, damals 35 Jahre alt, der als angeblich arbeitsscheuer im KZ war. Der Schistel war der Onkel von Neufang. Und die beiden waren die Geselle vom Kleinen. Die haben zusammen geschlachtet, die haben gefuckert zusammen und haben so ein bisschen gewirtschaftet zusammen. Das war dem Kleinen sein Hauptgeschäft. Die lebten also am unteren Rande der Becksbacher Gesellschaft. Die Leute haben sich nicht verwundert, wie es ruchbar wurde, wer die Täter gewesen sein sollten. Bis Mitte Juni 1945 blieben die Verhafteten in Gewahrsam. Josef Schistel, von der Frau Kerners als derjenige identifiziert, der ihren Mann aus dem Haus gelockt hatte, konnte ein Alibi vorweisen. Ebenso Adolf Brass. Edmund Neufang wurde zu 14 Monaten Haft verurteilt, weil man bei ihm eine Pistole gefunden hatte, jedoch nicht die Tatwaffe. Gegen Karl Klein konnte kein dringender Tatverdacht festgestellt werden. Auch er kam frei. Aber seine Tage als Bürgermeister waren gezählt. Und dann ging es los, dann wurden wir von den Amerikanern freigesprochen. Die haben sich da kein großes Zeug gemacht um uns, sie haben das auch nicht verhört und nichts. Und haben das den Franzosen übergeben, weil das, die haben ja das Saargebiet geräumt, die Amerikaner und die Franzosen sind nachgekommen. Das Saarland fiel an die französische Besatzungszone. Und als General de Gaulle in Saarbrücken die Parade abnahm, hatten sich in den Kommandaturen und Rathäusern Dienststellen der französischen Militärregierung und der Sicherheitspolizei Sûrté eingerichtet. Bestrebungen, das Saarland an Frankreich anzuschließen, polarisierten die Menschen im Land. Und wer mit den Franzosen nicht konnte, zu diesen zählte sich auch Karl Klein, bekam Probleme mit der Sûrté. Sie nahmen sich 1946 Klein, Schiestel und Neufang erneut zum Verhör vor. Mit Erfolg, denn Edmund Neufang legte ein Geständnis ab. Währenddessen steuerte die Saarpolitik hin zu einem autonomen Kleinstaat, unter Kontrolle des französischen Militärgouverneurs Gilbert Grandval. Und eines Nachts sind sie auch wieder geholt worden, die drei. Und da sind sie gebracht worden, nachts. Am nächsten Tag, die haben die ganze Klamotte verrissen gehabt, so haben die ja schläge gekriegt. Also der Neufang hat ausgesehen und da hat der Neufang die Geschichte wirklich gesagt. Und da hat der Neufang am nächsten Tag, wie wir zusammen waren, hat er mir gesagt, so, jetzt lassen Sie mich alle im Stich. Der Schiestel und der Karl lassen mich im Stich und ich, wenn der Leid bleibt, dann wir alle hinhängen. Und ich muss sitzen. Und da hat er dann so bitterlich gehört. Er war ein ganz lieber Kerl, so der Neufang. Der hat das Wort gehört, was der Klein gesagt hat. Und der Klein, der Kommunist und Antifaschist, hatte für die Gestapo gespitzelt, sagte die Syrthet. Deshalb gestand Edmund Neufang. Die Klein und Bürgermeister waren, lach ihm am Herzen, vor allen Dingen Kerner umzulegen. Dies hat er mehrmals offensichtlich wörtlich betont. Zu dieser Tat, die er selbst erst gar nicht ausführen wollte, überredet er meinen Onkel Josef Schiestel, der mit mir die Tat ausführen sollte, weil mein Onkel von Herrn Kerner im Konzentrationslager Buchenwald geschafft worden war. Mein Onkel, der vielleicht die Tat mitgemacht hätte, hat sich davon abgewandt, was geschah dann am Abend des 20. April 1945. Um 9.30 Uhr erschien ich dann bei Klein, der mich an seiner Aussehe schon erwartete. Er ging mit mir zur Wohnung Kerners, die ich persönlich nicht kannte und sagte zu mir, ich solle Antschellen an der Türe und wenn der Kerner erscheinen würde, soll ich ihn erschießen. Beim Klopfen öffnete sich die Fenstertüre und Frau Kerner frug, was ich wollte. Da sagte ich zu der Frau Kerner, ihr Mann möge sofort zum Bürgermeister kommen, es wäre etwas geschehen. Daraufhin zog ich mich wieder zurück zur Ecke, zu seiner Straße und Dr. Ludwig Niederstraße, wo mich auch Klein erwartete. Etwa zehn Minuten später kam Herr Kerner aus der Wohnung und wir fünf Meter etwa von unserem Fernfahrschwub klagen mich plötzlich vor und sagten zu mir, dass ich schießen solle. Ich habe geschossen und habe meine Waffe dabei absichtlich tief gehalten. Er traf Kerner in den Bauch und drückte wieder ab, doch die Pistole hatte Ladehemmung. Neufang flüchtete und warf die Waffe fort. Etwa 60 oder 70 Meter, die vom Tatort entfernt war, hörte ich an den zweiten Schuss und war eine Annahme, dass dieser Schuss von Herr Kerner stammte, der hinter mich hergeschossen hätte. Es war aber der Schuss, der Johann Kerner tötete. Wer hat ihn abgegeben? Klein, sagte Neufang. Widerrief aber später, dass er ihn schießen sah. Was Herr Klein gemacht hat, wie ich weggelaufen bin, das kann ich nicht sagen. Ob er geschossen hat, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Adalbert Hansen dokumentierte 1970 den Bexbacher Polizistenmord und die Widersprüche im Geständnis des Edmund Neufang für das saarländische Fernsehen. In seinem Film Recht und Gnade im Strafvollzug kam damals auch Karl Klein zu Wort. Karl Klein, als ich ihn zum ersten Mal traf, hatte ich den Eindruck, mir kommt ein alternder Charmeur entgegen. Mit ein paar eckigen Manieren zwar und ein bisschen störrig und ein bisschen verkantet, aber ansonsten war er ein liebenswürdig zu nennender, schlanker, kleiner Mann. Seine Argumentation verlief dann auch in einer sehr eigentümlichen Art. Er war natürlich fixiert auf das, was er erlebt hat. Es gab kein anderes Thema für ihn als dieses eine dieser Mordfalle und seine Unschuld. Wo befanden Sie sich am 20. April 1945 um 22.20 Uhr? Zu Hause bei meiner Frau und Tochter in einem Raum. Sie waren damals der Bürgermeister von Bexberg. Sie wurden zur Tat, zum Tatort gerufen. Ja, durch zwei amerikanische Soldaten. Was taten Sie nun am Tatort, als Sie da ankamen? Ich kam ins Zimmer, wo die Zeuge schon alle waren. Ich habe mit denen gesprochen. Mit der Frau Kerner war wenig zu sprechen. Was haben Sie mit den Zeugen gesprochen? Was sie wissen von der Sache, was sie gehört haben, über die Schüsse. Gab es da Anhaltspunkte, wer der Täter sein könnte? Nein. Erst drei Jahre später trauten sich Zeugen zu sagen, dass sie Karl Klein in der Tatnacht gesehen hätten. Adalbert Hansen verwundert das nicht. Wir gingen damals freiwillig zu den Amerikanern und wollten was erzählen. Und wir gingen freiwillig später zur Souté. Antwort kaum jemand. Und wer nicht gefragt wurde und nicht unbedingt antworten musste, der entzog sich dem. Das erste war einmal, fragebogen, fragebogen. Und dann wurde man selber geprüft, geräumtcht, durch die Mangel gedreht. 1948 machte die saarländische Justiz Klein, Neufang und Schiestel den Prozess im Landgericht Saarbrücken. Schiestels Alibi führte zum Freispruch. Bei Klein und Neufang sah die Anklage Habsucht als Mordmotiv. Klein habe Bürgermeister bleiben und Neufang Hausmeister werden wollen. Und Klein habe Kerne aus dem Weg geräumt, weil der zu viel von ihm wusste. Neufangs Geständnis gab den Ausschlag. Kriminaltechnische Untersuchungen fanden nicht statt. Dabei hätten sich mit dem Vergleichsmikroskop auch damals schon die am Tatort und im Ermordeten sichergestellten Geschosse den Tatwaffen zuordnen lassen. Es wurde nie geklärt, welche Waffe Karl Klein benutzt hatte und welche Kugel aus welcher Waffe Johann Kerner tötete. 1949 verurteilte der Strafsenat Saarbrücken Karl Klein zum Tode und Edmund Neufang zu lebenslangem Zuchthaus. Neufang kam zehn Jahre später vorzeitig.